So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit, der Kando-Tag ist Geschichte, ist zu Ende. Gut, es gibt natürlich die Leute, die spielen den einfach nochmal und nochmal und nochmal. Es wurde eh schon wieder ein Entschädigungsevent angekündigt, da es wohl gestern Abend schon heftige Probleme gab. Heute auch ein paar Leute komplett Probleme hatten, ne, wir müssen es so ausdrücken. Deswegen ist schon wieder in den Startlöchern ein Entschädigungsevent für den Kando-Tag. Näheres dazu, aber demnächst bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Denn die große Frage ist ja auch, habt ihr Probleme gehabt? Konntet ihr die volle Distanz spielen? Habt ihr alles bekommen? Freut ihr euch auf eine Entschädigung, weil euch eh noch was fehlt? Wart ihr nicht betroffen? Ich habe jetzt hier mal meinen Handybildschirm drauf. Ich möchte euch natürlich heute meinen Eindruck vom Kando-Tag sagen, meine Meinung, wie ich den fand, wie ich den erlebt habe. Ich habe den ja mit Pupsi zusammengespielt und ich muss schon gleich sagen, ich habe vieles zu bemängeln, ja. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, das ist ja der normale Bildschirm, wie ich immer aufnehme. Wir haben ja letztens in dem letzten Stream was getestet. Wenn wir das hier nämlich als Vollbild machen, haben wir den Handybildschirm einfach riesengroß. Damit das aber nicht so leer aussieht, kann man sich einfach hier noch sowas hinbasteln. Und dann hole ich mir einfach noch das hier her. Sieht das jetzt nicht wunderbar aus, ja. Was ist das denn, Mann? Wieso schiebt sich das immer aus? Egal, das brauche ich jetzt wieder hier. So, ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr besser findet. Und zwar, wenn ich das Handy so normal habe mit Handyumrandung oder wenn der Bildschirm vom Handy einfach größer ist, so wie jetzt. Da muss ich aber halt immer links und rechts was daneben basteln, sozusagen, beziehungsweise rechts muss ich nichts daneben basteln, da ist ja eigentlich der Chat. Wir wollen euch gleich die Ausbeute zeigen. Und vorher nochmal kurz, es war ja bekannt, dass ich heute nicht streame. Ich habe das ja angemerkt und habe das schon die ganze Woche gesagt, dass ich am Samstag nicht streamen werde, weil ich am Samstag einfach selber spielen möchte und diesen Tag voll nutzen möchte und ich weiß schon, wie es ausgegangen wäre. Hätte ich auch nur irgendeine Art von Stream gemacht, ich wäre einfach zu nichts gekommen, weil die Leute einem die Bude einrennen mit Ramses, kannst du mich einladen? Ramses, wo sind die Codes? Ramses, machst du Raids? Ramses und... Wir haben euch die Raid-Gruppen bereitgestellt, in denen ihr euch verabreden könnt, auf Discord, auf Telegram, links in der Beschreibung, im Stream, wenn jemand fragt, poste ich die immer, habt die immer griffbereit und wenn ihr das wirklich nutzt, dann kommt ihr auch klar mit den Sachen. Mewtwo ist einfach deutlich leichter als gedacht, also man hat gedacht, 10 Leute oder so müssen den klatschen, jetzt wisst ihr schon, mit 5 Leuten oder so ist das immer noch gut machbar und wenn ihr da zu 6 seid, dürftet ihr das trotzdem, auch wenn ihr nicht die krassesten Level habt, eigentlich gemütlich schaffen. Trotzdem habe ich heute wieder 1000 Nachrichten bekommen, während ich am Zocken war mit Ramses, kannst du Arctos hosten? Ramses, wann ist der Stream? Ramses, gehst du heute live? Ramses, bist du schon live? Ramses! Und ich habe gedacht, ich werfe das Handy gleich aus dem Fenster, aber ich musste immer mal nebenbei gucken, weil ich mit anderen nebenbei auch geschrieben habe, über diverse Sachen sich auszutauschen, hin und her. Und eins ist mir direkt aufgefallen, gestern wurde ja noch so eine Grafik veröffentlicht, dass man sehen konnte, welche Raid-Bosse es heute gibt. Ich meine, wir wussten, Arctos, Zapdos, Lavados kommen in die Raids, sind da, zusammen mit Mewtwo in den 5er Raids, war keine Überraschung. Gestern wurde auch angekündigt, dass die Regionalen in die Raids kommen, ja, es gab keine Mega-Raids, es gab keine kleinen, pinken Eier, es gab theoretisch nur die 5er Raids und nur die kontinentalen Raids. Laut dieser Liste. Wer gespielt hat und mal auf die Raids geachtet hat, hat aber gesehen, es gab noch einen Raid, der hier nirgendwo auftaucht. Neben den kontinentalen Raids, was ich an sich nicht schlimm fand, denn viele Leute haben einfach die kontinentalen Pokémon der ersten Generation gar nicht. Die haben sich natürlich dann gefreut. Endlich Kangama oder endlich ein Pandimos. Also hattet ihr trotzdem die Möglichkeit, da was mitzunehmen. Ihr müsst ja nicht 100 Raids davon machen, aber wenigstens vielleicht einen für den Pokédex-Eintrag und ihr müsstet die ja eh einmal alle machen, für diese Raid-Herausforderung. Und zusätzlich habt ihr ja, wenn ihr ein Ticket hattet, sowieso 9 freie Pässe, glaube ich, bekommen, plus 3 Fan-Raid-Pässe. Also wer da nicht zugeschlagen hat beim Ticket, 12 Euro. So, 2 Euro konntet ihr schon abziehen, weil ja von Januar und Februar die Community-Day-Spezialforschungen für jeweils 1 Euro mit drin waren. Also hatte das Ticket noch einen Wert von 10 Euro. Jetzt haben sie euch da aber 12 Pässe reingelegt, 3 Fan-Raid-Pässe und 9 normale Pässe. Wenn ihr das runterrechnet, hättet ihr normal, wenn ihr diese Pässe kauft, schon diesen Wert. Trotzdem habt ihr zusätzlich nochmal 200 Pogebälle bekommen, 2 heftige Spezialforschungen, eine erhöhte Shiny-Rate, ein unglaublich super Feeling während des Events. Also ich finde wirklich preislich kann man einfach nicht meckern. Jeder, der gesagt hat, der ist sich unsicher, ob er das Ticket kaufen soll oder nicht. Wer es nicht gekauft hat, hat es bestimmt bereut am Ende. Wer es gekauft hat, hat sich sicherlich gefreut. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Aber wer auf der Liste fehlt, weil ich komplett abgedriftet bin, Relaxo. Pupsi hat immer zugesagt, ich mache jetzt einen Relaxo-Rate und ich, hä? Es gibt doch gar keine Relaxo-Rates. Und plötzlich ist sie in einem Relaxo-Rate. Leute haben auch eingeladen für Relaxo. Man selber konnte Relaxo in der Umgebung sehen, steht aber nirgends wo dabei. Relaxo, auch als Shiny, ihr wisst, alle Kando-Shiny sind nun verfügbar. Alle Kando-Po-Gemot als Shiny. Relaxo hättet ihr also raiden können, aber eben auch wild fangen können. Habt ihr Relaxo-Rates gemacht? Habt ihr ein Relaxo-Shiny bekommen? Schreibt es mal rein. Aber, bevor wir dazu kommen, wurde das ja auch angekündigt mit diesen Klamotten. Jetzt will ich einfach sagen, der Fail des Tages. Wenn man mal meinen Avatar anschaut, ich sehe anders aus als sonst, ne? Aber das nicht ganz freiwillig. Hier, ihr seht, er hat gerade wieder Pause gemacht. Der steht ja die ganze Zeit so, wenn keiner hinguckt, stellt er sich normal hin und wartet immer. Und jetzt haben wir es immer auf den Avatar und er, oh, ich muss es ja so machen, ne? Haben wir ihn erwischt, wie er wieder gestreikt hat? Und dass der so aussieht, war eigentlich überhaupt gar nicht beabsichtigt. Ich wollte eigentlich nur gucken, bin deshalb hier drauf auf die Pokémon-Kando-Tour. Hab hier mal so durchgewechselt. Ich wollte mir mal die Jacken angucken, wie die aussehen. Hab so geschaut, hab die mal rumgedreht. Muss sagen, also die Jacken an sich sehen ja eigentlich richtig cool aus. Bin zurück, wollte mir die zweite angucken. Sieht auch gut aus, richtig heftig. Wollte mir die dritte angucken und plötzlich stand da, bing, und da sind die Coins weggeflogen. Und ich dachte, toll. Jetzt hat es die Jacke einfach gekauft. Da hatte ich aber den Rucksack noch auf. Es hat die Jacke gekauft, und zwar die grüne, wo ich sagen muss, das ist gar nicht so schlimm. Weil ihr wisst ja, es gibt Team Rot, hier ist eine rote Jacke. Es gibt Team Blau, hier ist eine blaue Jacke. Und es gibt Team Gelb. Und hier ist eine grüne Jacke. Eben wegen der, diese grünen Edition. Versteht ihr? Wäre viel schlimmer gewesen, wenn ich jetzt plötzlich eine rote oder eine blaue Jacke gehabt hätte. Da ich ja aber eh die grüne Edition gewählt habe und durch Zufall diese grüne Jacke dann hatte, habe ich mir gedacht, komm, du hast ja auch durch die Aufgaben, die du gemacht hast, hier diese grüne Tourkappe bekommen, kostenlos. Und wenn du eh schon jetzt eine grüne Kappe und eine grüne Jacke anhastst, dann sei halt nicht so knauserig. Dann gönn dir halt einfach hier diesen grünen Mundschutz einfach mal dazu. Und so habe ich meinen Avatar einfach grün gekleidet. Wie gesagt, hätte ich nicht gemacht. Ich hätte vielleicht die Kappe mal aufgesetzt. Aber, Alter, wie viele Leute habe ich denn gelöscht? Vier freie Plätze. Die mögen mich alle nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall den Faden verloren, denn ich wollte es nicht machen. Habe ich gemacht, sieht jetzt so aus, können wir nicht mehr ändern. Fertig. Das zurück. Habt ihr euch eine Jacke gekauft? Habt ihr das überhaupt schon gesehen? Wie gut die aussehen. Alle, die die rote Edition gewählt haben, die gönnen sich doch bestimmt die rote Jacke. Alle, die Teamrot sind, gönnen sich doch bestimmt die rote Jacke. Alle, die mal wieder richtig trendy unterwegs sein wollen, gönnen sich die rote Jacke. Dann haben wir das abgehakt, hier mit den Raids. Dann ging es los, die einzelnen Städte. Ihr wusstet, ich weiß nicht, habt ihr mit Musik gespielt? Habt ihr mit Ton gespielt? Ich fand das sehr genial. Das hat mir richtig gut gefallen. Wenn ihr die Musik angemacht habt, ihr habt halt wirklich wie aus den alten klassischen Gameboy-Spielen diese 8-Bit-Musik gehabt von den einzelnen Städten. Das ist ein sehr nostalgischer Faktor gewesen. Und so auch, dass ihr halt eine Stunde lang Alabastia hattet. Jetzt seht ihr die Pokémon, die hier dabei waren. Was hier am interessantesten war für mich, war natürlich Habitak. Konnte ja Shiny sein und ist neu im Spiel. In der zweiten Stunde, Mamoria City, gab es als neues Shiny Paras. War für mich wieder am interessantesten. Die dritte Stunde war dann Azuria City. Da hatte ich leider nichts Interessantes dabei. Also alle haben gesagt, wann ist die Wasserstunde, die Wasserstunde, die Wasserstunde. Also sind an sich coole Pokémon. Trotzdem musste ich da jetzt nicht so aufpassen. Genauso wie in der vierten, Fuchsania City. War jetzt auch nichts Neues für mich dabei. Musste ich auch nicht so aufpassen. Aber die Stunde, die ich am besten fand, war die Pokémon-Liga-Stunde. Denn ihr habt ja Macholo drin gehabt, was richtig cool ist. Rattini drin gehabt, was richtig cool ist. Und natürlich Kigli und Nocchan. Und ich habe schon Kommentare gelesen, gerade vom Hulian Eisenstein, ob das ein Bug ist. Weil er kann Kigli und Nocchan sehen. Ich denke, die sind nur in einer Edition. Aber nein. Es gab Pokémon, die waren editionsexklusiv. Die musstet ihr mit dem Rauch fangen. Durch den Rauch fangen. Und musstet die mit einem anderen dann tauschen. Die, die ihr nur hattet, wollte ja der andere. Die, die der andere nur hat, die wolltet ihr ja. Und da musstet ihr das auch für diese Herausforderungen alles tauschen. Und die standen extra. Da standen Pokémon editionsexklusiv. Aber auf diesen Tabellen standen Pokémon, die in der jeweiligen Edition eine höhere Shiny-Chance haben. Und Kigli und Nocchan hatten eine höhere Shiny-Chance, je nach Edition. Waren aber trotzdem in beiden Editionen verfügbar. Nämlich immer in der fünften Stunde, genau. Deswegen, ich fand die fünfte Stunde als die beste Stunde, hat mir am besten gefallen. Dann haben wir ja auch nichts weiter stehen. Dann kommen wir aber gleich, bevor ich mal die Ausbeute zeige, zum allergrößten Problem, was ich hatte. Ich finde, es war einfach so stressig. Es war so überladen, so überfüllt. Ich habe überhaupt gar nicht durchgeblickt. Ich gehe da rein. Du guckst, links an der Seite steht was. Rechts an der Seite steht was. Dann hast du noch die Level 48 Forschung auf. Dann hast du die Feldforschungsaufgaben zwischendurch. Dann kamen über zu Einladungen rein. Dann waren da Raids im Minutentakt. Das ging ja fünf Minuten. Ging ein Ei, bis ein Raid aufging, der dann 25 Minuten da war. Es war so ein Chaos auf jeden Fall. Ich kam überhaupt nicht klar. Ich wusste gar nicht, was ich eigentlich machen soll. Ihr habt sicherlich dann bemerkt, auf der rechten Seite war die Spezialforschung. Die Spezialforschung, für die man eigentlich länger Zeit hat. Wo man halt jetzt Shiny Ditto bekommt, wenn man die durchzieht. Und durch den Abschluss dieser Spezialforschung die zweite Spezialforschung mit Shiny Mu freischaltet. Das war alles rechts auf der Seite. Während links auf der Seite die ganzen Sammler-Herausforderungen waren. Ihr hattet also eine für Alabastia. Ihr solltet jeweils einmal diese Pokémon fangen. Ihr hattet eine für Memoria City. Jeweils einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Dann alle, die bei euch aus dem Rauch kommen können. Dann alle, die bei dem anderen aus dem Rauch kommen können durch Tausch. Dann einmal so eine Kampf-Herausforderung, wo ihr gegen diese NPCs spielen soll, die auf der Karte verteilt waren. Diese ganzen Gesichter. Was mich auch nach kurzer Zeit unglaublich genervt hat. Ich denke immer, oh, Pokémon, geil, das ist doch ein Kickli, oder? Ich drücke drauf, es ist ein NPC, der halt so dicht an dem Pokestop steht. In so einer braunen Jacke, wo ich mir denke, toll. Dann geht das jedes Mal auf, der redet die ganze Zeit, muss das wegdrücken, muss wieder zurück. Also, und die waren so häufig vertreten, ich habe den Unterschied gar nicht mehr erkannt. Ich wusste die meiste Zeit gar nicht, sitzt da jetzt ein Pokémon, oder ist das ein Trainer? Und egal, wo ich hingedrückt habe, ich bin immerzu auf irgendwelche Trainer draufgekommen. Musstet ihr halt für die Aufgaben machen. Erst konntet ihr verlieren, dann musstet ihr mal gewinnen, dann mit eurem Buddy kämpfen. Ist an sich eine nette Option, wenn ihr da im Spiel dabei wart, euch selbst sehen konntet. Aber ich fand das etwas störend oder etwas nervig. Trotzdem, sehr interessant. Mir hat es jetzt nicht so gefallen, mich hat es gestört. Dann gab es ja auch diese Raid-Sammlung, sozusagen. Das hier einmal ein Arctos, Zapdos, Lavados raided, ein Mewtwo raided. Und die vier Kontinentalen, die musstet ihr ja auch raiden. Guck mal, das sind genau... Vor allem ist das falsch, es sind ja, jetzt wollte ich sagen, das sind genau neun. Neun, so viele Pässe, wie ihr hattet. Aber Arctos, Zapdos, Lavados und Mewtwo sind ja nur vier. Wurstfinger plus vier von den Kontinentalen. Das habe ich eigentlich zuerst gemacht. Und das war der große Fehler. Bevor ich wirklich dahinter gestiegen bin, wie man am besten die ganze Sache angeht. Denn ich hätte eigentlich, so habe ich es dann später gemacht. Ich hätte Alabastia, alles klar, du fängst kurz alle diese Pokémon, vielleicht fünf Minuten so, dann hast du die alle. Und dann spezifisch wärst du eigentlich auf Habitag, Habitag, Jagd gegangen, ja. Damit du dieses verdammte Shiny bekommst. Dann, wenn das um ist, hättest du gemütlich, Marmoria City, diese Pokémon gefangen. Und hättest dann, nach fünf Minuten, wenn du die Herausforderung fertig hast, wärst du auf Paras Suche gegangen, ja. Jetzt hätte ich hier in der dritten Stunde sagen können, ich habe jetzt in fünf Minuten alle gefangen. Shinies habe ich auch alle. Also kann ich ja jetzt in Ruhe den Rest dieser Stunde nutzen, für die NPCs zum Bekämpfen, für die Kampfherausforderungen. Hätte da Raids gemacht, für die bestimmten Raids, die man machen muss. Hätte mich ein bisschen um die Ditto-Forschung gekümmert. Dann hätte ich hier auch Zeit gehabt. Und hier hätte ich dann schön Kikli und Nocchan gesucht. Mein Problem war aber, ich war am Anfang so überfordert. Ich habe Alabastia gehabt mit Habitag. Ich habe nicht durchgeblickt, wie das läuft. Ich habe die ganze Zeit Raids gemacht. Habe den Klicker ein bisschen an. Habe gedacht, der fängt ja nebenbei was her. Habe dann gesehen, ach hier Kampfherausforderungen. Habe gegen die NPCs gekämpft. Dann habe ich irgendwann mal einen Habitag gefangen. Fünf Minuten, bevor die erste Stunde um war. Habe gesehen, okay, die Herausforderung hier ist zu Ende. Die andere auch. Die nächste auch. Ja, das ist ja einiges schon fertig. Machst ein bisschen noch an der Ditto-Forschung rum. Und dann ist mir aufgefallen, es kommen ja gar keine Habitags mehr gerade. Jetzt habe ich die ganze Zeit, als die Habitags da waren, das verpasst. Und habe gar nicht das Scheine gesucht davon. Dann war ich also in dieser Stunde. Dann habe ich vermehrt wenigstens ein bisschen mal auf Paras eingedroschen. Erfolgreich, sagen wir es mal so. Hatte dann schon die Ditto-Forschung fertig. Hatte die Raids nebenbei fertig. Und ja, mit der Sammlerherausforderung auch. So habe ich mir dann die Taktik zugelegt, weil Azuria und Fuchsania beides eh uninteressant waren für mich. Durch die Pokémon und Shinies. Ich mache einfach jetzt jeden Mewtwo-Raid, den ich sehe, ein nach dem anderen, hin und her. Nehmt zwischendurch auch mal eine Einladung an. Jetzt habe ich also eine Stunde Mewtwo durchgesuchtet. Noch eine Stunde Mewtwo durchgesuchtet. Und in dieser Stunde bei der Pokémon-Liga mit Kikli Nocchan. Da habe ich natürlich wieder Pokémon gefangen. Da wollte ich ja die zwei neuen Shinies haben, ja. Und dann hat sich das Ganze ja wiederholt. Also voller Vorfreude habe ich mich natürlich gefreut, dass jetzt wieder die Alabastia-Stunde kommt. Dass ich jetzt wieder Habitak jagen kann. Und ich muss sagen, Habitak hat mich einfach komplett genervt. Und dann war die Stunde schon wieder um. Und dann war wieder Paras da, okay. War wieder gemütlich, sage ich mal. Ein bisschen noch nach Paras geschaut auch. Zwischendurch ein paar Raids gemacht. Und dann kamen wieder genau diese zwei Stunden Azuria-City und Fuchsania-City, wo ich gedacht habe, Klicker aus, Hose aus, jetzt wird geradet, ne. Hallo Pupsi. Und dann habe ich einfach diese zwei Stunden auch komplett durchgeradet. Mewtwo, sonst was. Zwischendurch, wenn ich mal einen Relaxer-Raid gesehen habe, den auch mitgenommen für Shiny. Oder Zapdos. Habe ich mehr als nur einen gemacht. Weil ich da auch gerne einen Hunder davon hätte. Joa, bis wir wieder hier angekommen sind in der Pokémon-Liga mit Nocchan und Kikli. Und dann wusstet ihr, alles klar. Jetzt ist es theoretisch 19 Uhr. Es geht noch zwei Stunden. Und von 19 bis 21 Uhr habt ihr schon gesehen, dass nicht mehr das Lametta rumgeflogen ist. Sondern am Wirrmament habt ihr Feuerwehr gesehen. Nach dem Motto, eigentlich ist es jetzt vorbei. Ihr könnt weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir spielen schon die Abschiedsmusik. Ciao. Aber wir kommen nochmal alle zusammen für das große Gruppenfoto. Also gab es dann alle Pokémon auf einmal. Und das war ja schön, dass ihr eine Riesenauswahl hattet. Das hat mir im Endeffekt aber trotzdem bei Habitat einfach nichts genützt. Weil dadurch dann auch trotzdem so wenig Habitat da waren, dass ich eigentlich... Deswegen, ich muss ehrlich sagen, das Go-Fest, wo man live dort war, war für mich immer noch das beste und tollste und heftigste Event. Das beste Erlebnis mit Pokémon Go. So, selbst die Safari-Zone in Dortmund ein Jahr vor dem Go-Fest, wo man auch live dort war, war für mich auch richtig genial. Dann fand ich das Go-Fest weltweit, was man auch von zu Hause aus spielen konnte an einem beliebigen Ort, immer noch richtig cool. Auch durch die wechselnden Habitate und Stunden und Rauch und Spawns. Aber das, ich habe schon nach ein, zwei Stunden zu Pupsi gesagt, irgendwie habe ich gar keinen Bock. Am liebsten würde ich mich jetzt einfach hinlegen und schlafen, weil, weiß ich nicht, das hat mich einfach alles überfordert. Dieses erstmal da durchzublicken, sich reinzufuchsen, dann erstmal, ach so, ja jetzt das, ich muss ja gerade das machen, das ist aber auch da, aber das muss ich ignorieren. Das muss ich auf später schieben, aber später ist ja wieder was anderes. Ich muss das ja eigentlich trotzdem nebenbei machen, aber wann passt es denn am besten? Und ah, du hast dich voll unter Druck gesetzt, gefühlt, dass du alles gleichzeitig machen willst. Und so kamen die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel Habitag, einfach viel zu kurz. Und das fand ich im Nachhinein einfach richtig, weiß ich nicht. Du wurdest da reingeschmissen, das hat mich alles einfach überfordert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich fand das so extrem chaotisch im Nachhinein betrachtet. Wenn du wirklich von Anfang an ganz genau, schon Wochen vorher genau die Pläne kennst, alles kennst, die Pokémon, die Übersichten hin und her. Vielleicht hätte ich mich nochmal mehr damit beschäftigen sollen. Aber für mich war das immer so, direkt 9 Uhr, pokefans.net oder GoGames posten so eine Übersicht. Jetzt startet die Stunde, das ist hier da. Und ich so, mhm, okay, hab das hier hochgeladen, hab das geteilt, wollte zocken, seh, boah, was ist das denn und was ist das und was ist das. Schon tausend andere Sachen gleichzeitig und ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich konnte nicht gucken, was ist jetzt wichtig, was ist nicht. Und so war alles einfach querbeet durcheinander. Jetzt möchte ich euch aber trotzdem meine Ausbeute zeigen, ja, kann euch gleich sagen, wenn ich hier mal 4 Sternchen eingebe, da ist nichts dabei von heute. Also können wir wieder raus. Es gab kein 100er. Wir können aber, hm, wir geben mal Mewtwo ein, wir geben mal ein Alter Null und Mewtwo. So, wenn ich Alter Null und Mewtwo eingebe, ja, jetzt machen wir es mal nach Wettkampfpunkten sortiert. Dann seht ihr, dass ich theoretisch heute 66 Mewtwo-Rates gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele Mewtwo-Rates ihr gemacht habt. Aber schon alleine auch die Diskussion, ich hab gesehen in den Telegram-Gruppen zum Beispiel, hab ich öfters zwischendurch mal reingeguckt. Toll, ich hab jetzt 6 Mewtwo-Rates gemacht, ich hab immer noch keinen Shiny. Bruder, ich schwöre, guck dir das an. 66 Mewtwo-Rates. Und darin nur ein einziges Shiny. Und das bei einer Rate von 1 zu 20. Das ist natürlich Pech. Aber, es bringt mich nicht um. An sich war mir das Shiny komplett egal. Ich wollte einfach nur einen 100er haben. Habe ich einen 100er bekommen? Ja, ihr habt ja schon gesehen, ich hab keinen 100er bekommen, sonst hätte das bei 4 Sterne gestanden. Aber was habe ich jetzt bekommen? 2301 war hier das Schlechteste. Wir haben auch ein paar mit Wetterboost dabei. Das heißt, wir müssen jetzt so weit hoch, bis es von 23 auf 28 umschlägt. Und das ist hier der Fall. Das heißt, diese 3 sind die besten 3, die ich heute bekommen habe. Also, es ist einmal das hier mit 12, 15, 15. Dann ist das das hier mit 15, 15, 13. Also ein 96er. Und dann einmal das hier mit 14, 15, 15. Es ist natürlich doof, wenn man einen 98er bekommt mit 14 Angriff. Man wünscht sich ja einen 98er mit 15 Angriff. Und ob dann Verteidigung oder KP 14 ist, ist egal. Aber selbst ein 98er mit 15 Angriff hätte mich heute nicht zufriedengestellt. So, was haben wir noch? Denn hier kamen dann die Wettergeboosteten, wie ihr seht. Die 3 besten Wettergeboosteten ist das hier. Das ist viel zu kompliziert, um es auszurechnen. Beziehungsweise, wenn 4 Dinger fehlen, dann ist es 91%. Glaube ich. Dann haben wir das hier. Boah, das ist... Seht ihr wie? Da fehlen 4. Da fehlen 5. Aber das hat genauso viel und ist höher. Dann müsste das ein 89er sein. Und ist trotzdem höher angerechnet, weil es ja eben den Angriffswert auf 15 hat. Aber das Beste auch beim Wettergeboosteten, 29,75, wieder ein 98%iges, wieder mit 14 Angriff. Ich verstehe es nicht. Und jetzt können wir mal gucken, Alter 0 und... Ne, wir müssen mal auf Legendär und Alter 0. Und wenn ich jetzt nach Pokédex Nummer sortiert, dann seht ihr auch, dass ich eben neben den Mewtoos, die ihr hier seht, die wir gerade durchgeguckt haben, natürlich noch einen Arctos, einen Zapdos und einen Lavados Raid gemacht habe. Musste ich ja. Das Lavados ist schlecht. Das Arctos ist schlecht. Und beim Zapdos habe ich mir sogar das Recht rausgenommen, 4 Stück zu machen. Da haben wir einmal das. Dann haben wir das. Ihr seht, wie es besser wird. Dann haben wir das. Hä? Wird das jetzt wieder schlechter? Und das Beste dann hier. Hey, wenigstens 15 Angriff. Habt ihr einen Shiny bekommen bei Arctos, Zapdos, Lavados? Schreibt es ruhig mal in die Kommentare, falls ihr jetzt einen Shiny Zapdos hattet. Oder einen Shiny Lavados. Oder einen Shiny Arctos. Aber die waren jetzt nicht so wichtig. Shinies habe ich davon schon. Glücks-Shinies habe ich auch noch. Die sind die ganze Woche auch noch da. Die kriegen am 28. ihre Raid Days, wo alle nochmal drin sind. Wichtig war heute Mewtwo und das sieht man auch. Also lieber Mewtwo Raids gemacht. Und hätte ich nicht versucht, zwischendurch immerzu die Shinies da zu bekommen, von dem anderen Gesocks wie Habitag. Und dann hätte ich natürlich noch mehr Mewtwo Raids gemacht. Was euch jetzt vielleicht aber interessiert. Und da gehe ich aber wieder nach Funddatum. Aber Funddatum andersrum sortiert. Ne, das ergibt auch keinen Sinn. Die Shinies fehlen nämlich noch. Wer wollte uns natürlich die Shinies angucken. Ich mache das Funddatum trotzdem wieder andersrum. Gebe wieder schillernd ein. Und gebe Alter Null ein. Und dann habt ihr alle Shinies von heute. Und das sind 57 Stück. Ja. Die können wir uns mal kurz angucken. Was wir da so dabei hatten. Braucht man da die Bewertung? Ja, nein. Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht. Oder? Wollen wir es mit Bewertung machen? Wir machen es mal mit Bewertung. Egal. Wir haben hier auf jeden Fall ein Glomander. Seaday Pokémon. Also eigentlich egal. Honlyu. Seaday Pokémon. Eigentlich komplett egal. Und dann. Boom. Gab es schon das Ditto. Ihr seht. Ich habe da zu dem Zeitpunkt vielleicht ungefähr zwei Stunden gespielt. Und hatte gerade mal zwei Shinies. Und dann auch noch zwei Seaday Shinies. Da passt das Bild hier in der Ecke. Da fässt man sich an den Kopf. Ich habe von den Spoofern am Vorabend gehört. Die haben gezockt. Und in zwei Stunden 50 Shinies gehabt. Fertig. Zack. Und du spielst normal in der europäischen Zeitzone. Zockst zwei Stunden und hast zwei Shinies. Da fühlst du dich irgendwie gemobbt. Auf jeden Fall gab es dann schon das Shiny Ditto. Darauf freue ich mich natürlich besonders. Habt ihr sicherlich auch alle bekommen. Jeder hat dann natürlich sein Shiny Ditto gepostet. Und gesagt. Boah. Guck mal. Wie das aussieht. Dann ging es aber weiter mit Paras. Und da habe ich mich besonders gefreut. Paras neu. Paras richtig kräftig. Leuchtet richtig schön. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Smogon finde ich auch als Shiny sehr cool. Vor allem auch der Smog, der da rauskommt. Dass der so eine schöne Farbe hat. Tangela haben wir mitgenommen. Das Shiny Mewtwo gab es. Abra. Auch C-Day. Dann das erste Nocchan. Und Nocchan war der Grund, wieso ich überhaupt die grüne Edition gewählt habe. Weil Pinsir. Ach Pinsir. Kigli. Diese braune Kartoffel, die dann länger liegt und grünlich wird. Nocchan. Der auch grünlich wird. Weil er die ganze Zeit... Ich glaube der hat eh Entzugserscheinungen oder so. Und ist total drauf. Hat aber jetzt blaue Handschuhe statt rot. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Habe ich mich gefreut. 1291. Dratini mitgenommen. Ist zwar auch ein C-Day Pokémon, aber finde ich von den ganzen C-Day Pokémon ohne S, die es bisher gab, ist Dratini immer noch eins meiner Favoriten. Weil das einfach so elegant und toll aussieht. Und diese Farbe ist einfach unbeschreibbar. Und als ich damals den C-Day mit Dratini gespielt habe, habe ich sage und schreibe ein einzelnes Dratini bekommen. In der Zwischenzeit hatte ich natürlich die Familie voll. Aber seitdem freue ich mich über jedes Shiny Dratini, was ich noch bekomme. Denn das ist für mich kein Trash Pokémon, was man dann einfach wegschmeißt. Wie wenn man jetzt 30 Shiny Honlio hat oder so. Dann ging es weiter mit Evoli. Dann Porygon, Evoli, also Porygon. Hä, habe ich jetzt wieder zurückgeblättert? Nein, glaube ich nicht. Dratini, endlich mal wieder. Schlurp. Schlurp gab es ja auch nur am Raid Day. Es gab den Schlurp Raid Day. Schlurp ist also kein C-Day Pokémon. Und Raid Days, da gibt es auch Leute, die sind aus den Raid Days gegangen ohne mal ein Shiny. Also Schlurp finde ich als Shiny immer noch heftig. Hier das nächste Nocchan, diesmal mit 30 WP. Evoli. Glumanda? Hm. Pikachu? Seit 10 Millionen Jahren keinen Shiny Pikachu mehr gesehen. Ohne Hut. Was mich aber auch gewundert hat. Ich hätte wirklich gedacht, sie packen da noch einen Hut drauf. Einfach als Überraschung. Irgendwas? Oder schneiden die Ohren ab? Weiß ich nicht. Irgendwas auf jeden Fall. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass bei so einem fetten Event einfach nur ein normales Pikachu da rumrennt. Shiggy auch C-Day Pokémon, aber wie gesagt, die mit den Sonnenbrillen gab es auf jeden Fall öfter bei meinem C-Day als die ohne Sonnenbrille. Taubsee haben wir hier noch, noch ein Taubsee, noch ein Pikachu, ein Nidoran, ein Knopfenser, ein Kleinstein. Das nächste Paras. Das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich werde das Paras im Video auch noch entwickeln gleich. Dann haben wir hier Kleinstein nochmal, noch ein Nocchan. Dann Porygon, Macholo, Evoli, Nocchan, Nummer 4. Sehr schön. Trattini, Evoli, 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 Hängen geblieben und Nocchan. Ich habe 5. Bis eben dachte ich, ich habe 4. Gut, dann habe ich halt 5 und Evoli. Evoli war auch schön, ihr musstet ja alle 3 Sachen entwickeln für eine weitere Sammlerherausforderung. Musstet ihr ja jede Stufe einmal entwickeln von Kanto. Labras noch bekommen, Labras hatte ja auch seinen Raid-Day. Dann hier wieder Drattini, Macholo, Macholo, Porygon, Bisasam, Voltobal. Finde ich auch sehr nett als Shiny natürlich. Kickli aus Coburg, Bayern. Ja, das habe ich mir getauscht dann. Kickli war ja wie gesagt in der gegnerischen Edition erhöht. Pupsi hat eins bekommen. Aber damit ich nicht Pupsi ihrs abgreife, habe ich mir eins aus Coburg getauscht. Verstehst du? Und der Hannes hat schon gesagt, mittlerweile hat er jetzt auch 2 Kickli bekommen. Er hätte gerne einen Nocchan. Und weil dem Hannes habe ich auch viel zu verdanken immer. Steht immer an meiner Seite, guter Mann. Deswegen würde ich nach dem Video dann gleich mit Hannes wahrscheinlich noch fix tauschen, dass ich von ihm ein zweites Kickli bekomme. Er dann immer noch eins hat. Von mir aber einen Nocchan bekommt. So, weil ich habe jetzt 5. Ich habe ja gedacht, ich habe 4. Jetzt habe ich 5. Rihuan haben wir noch da. Nochmal Tangela, Schlurp, Porygon, Porygon, Shiggy, Shiggy, Kleinstein. Und das waren die Pokémon hier drin. Jetzt will ich ganz kurz, aber einfach noch für das Video das Paras mal entwickeln. Wir nehmen natürlich das Höchste. Das ist das. Das entwickeln wir jetzt einmal durch. Als Abschluss. Dann bin ich mal gespannt, wer sich das alles in Ruhe angeguckt hat. Oder bis zum Ende. Oder wie auch immer. Heute halt kein Pokémon-Video gewesen. Dafür gibt es jetzt abends das zum Abschluss. Und dann habe ich noch eine Ankündigung für morgen gleich. Nachdem wir uns das Parasek nochmal anschauen. Mit seinen Tischtennisbällen als Augen. Ist das nicht schön. Parasek, auch im Sack, wie gesagt. Mir war das trotzdem alles irgendwie zu chaotisch. Ein zu großes Durcheinander. Und da zu viele Sachen auf einmal. Hättet ihr die wenigstens einklappen können. Dass ihr nur die Stadt und die Stunde, wo ihr gerade seid, offen habt. Das abarbeitet. Und nicht, es sind einfach 50 Sachen untereinander auf. Und dann seid ihr in der Stadt hier da drin. Müsst aber erstmal an allen anderen Sachen vorbeiscrollen. Die alle immer noch offen sind. Ich meine, man hat das im ersten Moment direkt abgearbeitet. Aber es war ja immer noch ausgeklappt und hat sich so gezogen. Das fand ich auf jeden Fall komisch. Und jetzt noch eine Ankündigung bis zum Schluss. Deswegen, jeder der bis zum Schluss geguckt hat, wird belohnt. Insofern er Mitglied ist. Und da ist der große Haken. Denn die Leute haben immer gefragt, ja, machst du auch Mewtwo-Rates? Machst du auch Mewtwo-Rates? Mewtwo-Rates für Zuschauer. Und deswegen werde ich ankündigen, morgen 11 Uhr bis 16 Uhr zur gewohnten Zeit am Sonntag. Weil ich muss wieder auf die Mutter warten. Deswegen gibt es 11 bis 16 Uhr zur gewohnten Zeit Raids im Stream. Aber nicht Raids für Zuschauer, sondern Raids für Mitglieder. Und das soll keine Werbeaktion sein, in der Hoffnung, dass ich jetzt ganz viele neue Mitglieder habe. Nein, das soll eigentlich nur ein Schutz nach außen sein, in der Hoffnung, dass wir morgen einfach gemütlich in der inneren Runde Mewtwo-Raten können. Denn ihr wisst, wie es ist. Wenn ich Raids für Zuschauer gemacht habe bisher, ich habe einen Stream da hingeschrieben. Da kamen Leute, die haben noch nie von dem Kanal gehört. Dann hier, lad ein, was ist denn das für ein Scheiß? Ich warte schon 5 Minuten, Dreckskanal. Und die kennen das System nicht. Die haben keine Geduld. Die waren einfach total groggy. Sind dann wieder gegangen, haben noch ein Dislike dagelassen oder so. Und um eben jetzt fremde Leute erstmal sowieso auszublenden. Denn gerade wenn du 5 einlädst und es kommen nur 2 rein, weil 3 schon wieder gegangen sind. Das bringt ja auch niemanden. Ich möchte morgen, dass das aktiv ist. Dass wirklich Leute da sind, die sowieso immer da sind. Die den Kanal wirklich die ganze Zeit schon supporten und unterstützen. Die vor dem Stream schon eine Mitgliedschaft erworben haben und nicht sich für den Stream eine erwerben. Das soll nicht das Ziel sein. Es soll einfach sein, ein Dank an euch wieder zurückzugeben. Ein Dankeschön. Euch ein Geschenk zu machen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, bevor wir dann wieder 200 Anfragen haben und überhaupt gar nicht hinterherkommen und man zwischen 2 Raids 3 Stunden Wartezeit hat, was einfach niemandem was bringt. Gibt es morgen eben keine Raids für Zuschauer, sondern Raids für Mitglieder. Ich habe die Wahl, dass ich den Stream wirklich nur für Mitglieder veröffentlichen kann. Ich weiß nicht, ob der allen angezeigt wird, aber dann dort steht, dass du Mitglied sein musst, um beizutreten. Oder ob der dann gar nicht sichtbar ist. Trotzdem würde ich den normal ja teilen in die Gruppe, dass die Leute da Bescheid wissen. Aber nur die, die halt Mitglieder sind bisher, können da mitmachen. Es steht euch natürlich frei, euch jetzt nachträglich noch eine Mitgliedschaft zu holen. Aber das ist, wie gesagt, nicht das Ziel. Ich möchte einfach nur nicht, dass morgen wieder 200 Leute da sind. Und ich glaube, bei Mewtwo ist der Andrang eben so hoch. Deswegen möchte ich keine Mitglieder werben, sondern einfach den Mitgliedern, die wir die ganze Zeit sowieso schon hatten, die bei jedem Stream dabei sind, die ganz uneigennütz auch das Ganze unterstützen und auch immer mal eine Donation dalassen oder irgendwas. Denen möchte ich was zurückgeben, sodass wir einfach komplett kanalfremde Leute damit erstmal abschirmen, unter uns sind und unter uns morgen Mewtwo Raids machen können zusammen. Werde ich dann gleich noch vorbereiten. Werde ich dann gleich noch posten. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das Video geguckt habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. 11 Uhr bis 16 Uhr. Mewtwo Raids für Mitglieder. Das allererste Mal. Und was mit den Vögeln wird, weiß ich nicht. Wie gesagt, wäre es sinnvoll, einen Stream zu machen mit drei Codes und jeder Code lädt einen anderen Vogel und ihr könnt dann entscheiden, welchen Code ihr addet, je nachdem, welchen Vogel ihr braucht. Braucht man aber natürlich auch drei Leute, die zur gleichen Zeit Zeit haben. An einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit. Wir schauen mal, ob man das umsetzen kann. Ansonsten mache ich das hier weg und das hier weg und das hier weg. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und schreibt mal unten rein, wie viele Mewtwo Raids habt ihr gemacht? Habt ihr einen 100er Mewtwo bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Und vor allem die Frage, habt ihr einen Habitag Shiny bekommen? Ich habe heute schon Linus gesagt, der wollte einen Shiny Mewtwo haben. Ich habe gesagt, wenn du mir einen Shiny Habitag geben kannst, gebe ich dir sogar einen Shiny Mewtwo dafür. Also, wenn jemand einen Shiny Habitag hat, schreibt es mal bitte drunter, würde mich mal interessieren. Ob ihr das abgeben könnt oder behalten wollt, das ist erstmal wurscht. Hauptsache wir wissen, ob überhaupt jemand einen Shiny Habitag hat. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut euer Ramses.